Beliebiges Dreieck vor Überlegung zu einem Flächensatz. Ich untersuche die Gesetzmäßigkeit zwischen den blauen und den roten Flächen. Dazu habe ich euch jetzt immer die Flächeninhalte hier eingeblendet und versucht mal die Gesetzmäßigkeit selbst zu finden. Zur Bearbeitung stoppt das Video jetzt. Wenn ich 9 plus 13 addiere, halte ich 22 und wenn ich die beiden Flächen addiere, halte ich 44. Der Flächeninhalt der blauen Flächen ist gerade doppelt so groß wie die der roten Flächen zusammen. Wir hatten hier 22 mal 2 ist auch 44. 9 plus 5 ist 14. 14 mal 2 ist 28. Und dann sehen wir, oben ist auch 28. 16 plus 18 sind 34 mal 2 sind 68. Und hier haben wir 58 und 10 ist auch 68. 4 plus 32 sind 36. Mal 2 sind 72 und 52. Und 20 sind auch 72. Ich vergrößere diese Abbildung. Schauen wir uns zunächst das Dreieck an. Hier haben wir die Seite A, hier die Seite B und hier die Seite C. Das Quadrat über der Seite A ist dieses hier. Das ist das Quadrat über der Seite B. Und diese Linie D teilt ja die Seite C in zwei gleiche Teile. Das sieht man hier. 3 und hier auch nochmal 3. Diese Linie D ist die Seitenhalbierende auf C. Das ist das Quadrat über D und das ist das Quadrat über C halbe. Über die Hälfte von der Seite C. Damit haben wir den Flächensatz A² plus B² gleich 2 mal C halbe zum Quadrat plus D². Das ist die Summe der blauen Flächen. Die war ja doppelt so groß wie die der roten Flächen. Also ergibt sich 2 mal C halbe Quadrat plus D². Berechne die Flächeninhalte der gefärbten Flächen von Aufgabe 1. Das haben wir ja schon vergrößert. Wenn ihr muckt, versucht die Aufgabe mal selbst zu lösen. Bei B können wir sehr gut hier ablesen. Ich gehe einen Schritt zur Seite und drei Schritte nach oben. Damit können wir mit dem Pythagoras B² ausrechnen. B² ist 1² plus 3². 1 plus 9, 10. Das werden dann 10 Flächen anhalten. A². Da sehen wir hier müssen wir 5 Schritte zur Seite gehen und 3 Schritte nach oben. A² gleich 5² plus 3². 5² ist 25, 3² ist 9. Zusammen ist es 34. D² gleich 2² plus 3². 2² ist 4, 3² ist 9. Macht zusammen 13. Das Quadrat über C halbe ist 3 mal 3, also 9 Flächeneinheiten. Jetzt prüfen wir mal, ob dieser Satz überhaupt stimmt. Wir schreiben statt C halbe jetzt 0,5C und setzen für A² 34, für B² 10, für 0,5C² 9 und für D² 13 ein. Und erhalten 44, und das hatten wir ja auch berechnet. Diese Abbildung kennen wir ja schon. Wir haben hier das Dreieck. Über die Seiten halbieren auf C wurde die Seite C im Punkt D geteilt. Die Quadrate über die Seiten A und B, also die blauen Quadrate, sind doppelt so groß wie die Quadrate über der halben Seite C und dem Quadrat über der Seiten halbieren von C. Können wir ja leicht ausrechnen. 80 plus 20 sind 100, 25 plus 25 sind 50, mal 2 sind auch 100. Was geschieht, wenn ich die Strecke C jetzt verlängere? Ihr könnt jederzeit das Video mal stoppen und dann auch die Flächeninhalte hier nochmal überprüfen, ob der Flächeninhalt dafür auch stimmt. Ich gehe ein paar Schritte weiter nach links. Und jetzt gehe ich zurück. Erstmal schneller. So wäre das Dreieck sogar rechtwinklig und der Flächensatz stimmt. Jetzt kann ich sogar noch weiter die Seite C verkürzen. Und der Flächensatz stimmt trotzdem. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Und verändere die Höhe in dem Dreieck. Ich verringere sie zunächst. Und jetzt erhöhe ich sie nochmal. Da gehe ich die Schritte jetzt schneller. Und jetzt erhöhe ich sie nochmal. Nun kommen wir zum Beweis des Flächensatzes. Dazu habe ich euch die Höhe HC hinzugefügt und diese Strecke mit Z bezeichnet. Der Beweis beruht nur auf der Anwendung des Satzes Pythagoras. Und wenn ihr mögt, versucht doch mal selbst den Beweis zu führen. Ich habe euch hier schon eine gewisse Struktur vorgegeben. Ziel ist ja, diese Formel vom Flächensatz zu beweisen. Zur Bearbeitung stoppt das Video, wenn ihr mögt. Zunächst schauen wir uns dieses Teildreieck an. Das ist rechtwinklig. Also können wir den Satz des Pythagoras anwenden. HC² gleich d² minus z². In dieser Formel ersetzen wir HC² mit d² minus z². Da halten wir diesen Ausdruck. Hier haben wir die erste binomische Formel. 0,5c in Klammern zum Quadrat plus 2 mal 0,5c mal z. Das ist gerade c mal z plus z² plus d² minus z². z² entfällt und dann erhalten wir für b² diesen Ausdruck. HC² gleich d² minus z². Dann schauen wir uns dieses rechtwinklige Dreieck an. Dieses Stück hier berechnet sich mit c² minus z. a² gleich c² minus z in Klammern zum Quadrat plus HC². Wir ersetzen HC² mit d² minus z² und erhalten diesen Ausdruck. Hier haben wir die zweite binomische Formel. Vorne bleibt stehen d² minus z² plus 0,5c in Klammern zum Quadrat minus 2 mal 0,5c mal z. Das ist minus cz plus z². z² entfällt wieder und wir erhalten für a² diesen Ausdruck. Wenn wir jetzt a² und b² addieren, entfällt c mal z. Dann haben wir diesen Ausdruck. Und da klammern wir jetzt noch 2 aus und dann sind wir am Ziel. Gratulation, wenn ihr zu diesem Ergebnis gekommen seid. In einem beliebigen Dreieck ABC hat die Seitenhalbierende von c, das ist ja gerade hier d, eine Länge von 3,606 cm. Die Dreiecksalte a ist 5,831 cm lang und b hat die Länge von 3,1623 cm. Berechne die Länge der Seite c. Wir verwenden die Formel und müssen diese Formel ja nach c umstellen. Wir dividieren durch 2, subtrahieren d², ziehen die Wurzel und multiplizieren mit 2. Dann erhalten wir a² plus b² geteilt durch 2 minus d² aus dem Ausdruck die Wurzel und vor die Wurzel setzen wir mal 2. Wir erhalten diesen Ausdruck. Jetzt setzen wir für a, b, d die vorgegebenen Werte ein und erhalten 6 cm für die Seite c. Wenn wir irgendein beliebiges Dreieck haben, wir kennen diese Strecken a, b und d, dann können wir die Seite c ausrechnen. Die vielen Nachkommastellen sind zur genauen Berechnung der Länge c erforderlich.